Das ist die Geschichte eines Diebes. Du wolltest stehlen? Jetzt ist deine Zeit gekommen. Er stahl von den Reichen und gab es den Armen. Das war alles? Ich nenne ihn Robin Hood. Das ist doch ein eingängiger Name. Nur eines hält ihn an der Macht. Das Geld. Ich will die Schatzkammer überfallen. Wie willst du vorgehen? Arrangiert ein Treff mit all unseren Verbündungen. Stop! Woher weißt du, dass ich es bin? Was, nennst du eine Verkleidung? All die anderen haben mich damit nicht erkannt. Das ist Selbstmord. Das ist der Plan. Siehst du denn nicht, was du bewirkst? Du inspirierst das Volk. Das ist unser Kreuzzug. Es sind zu viele. Was? Für uns beide? Es sind nicht genug. 1000 Pfund für den Mann, der mir Hurt brennt! Gut ausgehen wird das nicht. Besonderes. 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 Besonderes.